Der Kampf im Weltergewicht Klasse bis 69 Kilogramm. In der roten Ecke für CSC Frankfurt, Slava Kerva. Und in der blauen Ecke für die Männische Wortschritt haben Pian Cialik. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Halt, Halt, Halt Vox! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Slava bestritt bisher 145 Kämpfe, von denen er 90 gewinnen konnte. Er ist mehrfacher Landesverbands- und Regionalmeister. 2009 belegte er bei den Deutschen Meisterschaften der Männer einen zweiten Platz. In der roten Ecke für den TSE Frankfurt, Slava Kerber. Ring frei, Runde 2. Ring frei, Runde 2. Ring frei, Runde 2. Ring frei, Runde 2. Ring frei, Runde 3. 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 Der kommt damit nicht klar. 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 Der kommt damit klar. Der kommt damit nicht klar. Der kommt nicht klar. Der kommt nicht klar. Der kommt damit nicht klar. Der kommt 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 nicht klar. Der kommt 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 klar.